Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wo ist denn der nächste Referent eigentlich? Möchte der nicht bitte herkommen? Das ist sehr lieb. Und zwar, es handelt sich um Ken Merten, was ich nicht dokumentieren kann mit dem Schild, denn ich habe auf den Hinweis von Frau Becker nicht ausreichend gehört. Ich hätte noch eins mitbringen. Ken Merten steht da? Das ist rätselhaft. Wie ist das jetzt geschehen? Sehr schön. Gut, okay. Ken Merten hat unter anderem in Hildesheim literarisches Schreiben und Lektorieren studiert und ist als freier Autor für die junge Welt und unsere Zeit tätig. Er wird jetzt über ein für manche vielleicht ungewöhnliches Duo sprechen, über Peter Hax und Ronald M. Schernikau. Ich lese das ab, so hat sich Ronald Weber vorbereitet. Und da muss man sagen, Ronald Weber, ein sehr kluerer Mann und der Autor der ultimativen Hax-Biografie, ist da vielleicht doch ein klein wenig hinter dem Mond. Denn so ungewöhnlich für Leute, die hier sitzen, ist das Duo Schernikau-Hax ja vielleicht doch nicht. Aber wir werden dazu jetzt den Beitrag von Ken Merten hören. Bitte schön. Er hat es auch noch nicht ausgerüstet. Ja, vielen Dank. CIA hat es ausgemacht. So, jetzt. Super. Neulich erschien ein Band Briefe von Peter Hax an Hans-Georg Michaelis und umgekehrt von Michaelis an Hax. Michaelis ist ein Unbekanntling, den Hax als Freundschaft noch aus Schulzeiten mit sich trug und von dem einen Deutschland ins andere hinüber korrespondierte. Wohl auch wegen der Westwaren, die Michaelis Hax zu schicken möglich war. Dieser Michaelis schreibt also in einem Brief vom 2. November 1992, da war Ronald im Schernikau gut ein Jahr tot. Wir wissen, kürzlich sind wir ins 30. Jahr der Kunstwerdung Schernikaus eingetreten. Michaelis also an Hax. Zitat, der Schernikau ist wohl ein recht amüsanter Aphoristiker, aber wie aus dem abgedruckten Fragment eine Romanhandlung werden soll, ist mir unklar. Muss er wohl noch lernen? Und er korrigiert sich, hätte müssen. Haxens Replik. Zitat, es ist nicht vollständig richtig, dass Schernikau keine Romane schreiben konnte. Er konnte auch keine Stücke schreiben. Die Enthüllung. Auweia. Das klingt nach Gesprächsbedarf. Nicht in der Unter-, sondern in der Oberwelt, wo Ronald im Schernikau und Peter Hax nach Ablebens hingesiedelt sind. Es ist nicht das erste Gespräch, das sie miteinander führen und in dem durchscheint, dass sie nicht immer einig sind. Während der Sitzung der von Hax geleiteten Akademie-Arbeitsgruppe zum Komplex Konflikt, Kollision, Blindheit und Intrige vom 26. Januar 1989, werft Schernikau die Frage ein, warum es denn kein Drama gäbe, dass zweierlei Arten des Kommunismus, also einer Politik, eines Weltverständnisses, einer Aufhebung verhandle. Gibt es ein Nebenherr? Hax beantragt dazu Nichtbehandlung. Kommunistische Politik ist immer nur eine. In einer Welt, die an sich eine Totalität ist, kann es immer nur eine sich durchsetzen-könnende Antwort geben, die die richtigste ist, weil sie richtiger ist als alle anderen möglichen Antworten. Die Frage Schernikaus ist so nachvollziehbar, wie es berechtigt ist, gegen sie zu plädieren. Schernikaus' Frage meint, geht beides, das eine Ja zur Welt und das andere Ja auch. Hax sagt, die Frage taugt nicht, denn es gibt das andere Ja nicht. Und heute, wo sie hier tot sind und woanders leben? Die beiden, Hax und Schernikau, sitzen da, im Woanders, beieinander und nicht allein im Saal, aber auch nicht unter vielen. Sie sitzen also im Olymp und kuddeln Kaffee westlicher bester Sorte dabei. Leute wie Michaelis fehlen, es geht an dieser Stelle nur um die Wesentlichen und Westwaren gibt es hier auch ohne ihren Import. Die Räumlichkeiten sind leicht vorzustellen, sie ähneln dem Inneren des Palasts der Republik auf das Verdächtigste und durch die Fenster schaut man Ausschnitte saturnischer Ringe. Schernikau hat sich beim musikalischen Hintergrund durchsetzen können, es läuft ganz leise die Rosenberg. Hax und Schernikau trennt außer der Biografie einiges. Viel davon steckt in ihren Poetiken, in ihren Kunstalltagen, ihren Handwerken. Sie trennt aber, und weil das hier kein Krimi ist, nehme ich die Spannung raus, ehe es losgeht, nicht alles. Dass eine Haltung zur Welt unabdingbar ist, das teilen sie. Was bei meinem Kunstvortrag hier herauskommen soll, kommt weniger so, wie es eine wissenschaftliche Tagung verlangt, aber vereinbaren wir hierfür, Schernikau zu folgen, wenn der sagt, Zitat, Ach, Wissenschaft ist Pubertät, die Kunst ist das Erwachsensein, Begriffe sagen nichts ohne sie, das Höchste ist die Welt sehr lebbar machen, sie ist in uns drin. Schernikau ist hier sehr, sehr Hegel. Der sagt zur klassischen Kunst, Zitat, Schöneres kann nicht sein und werden. Die, Zitat, Versöhnung seiner in sich selber zurück, ist aber das in der Kunst vorbereitete, im kunstschaffenden Pubertätswesen Mensch angelegte höhere, in dem erst eine Unendlichkeit und Freiheit zu genießen möglich sei. Eben aus dieser Vereinbarung heraus lassen wir beide Kunstgewordenen auftreten und miteinander disputieren. Denn Kunst, das ist der Streit von Erwachsenen untereinander, das ist von den Dimensionen des Klassenkampfs die, wir alle wissen sie ja, zumindest die politische, die ökonomische und die ideologische, das ist also die vierte Dimension des Klassenkampfs, die ästhetische. Hax und Schernikau zanken nur darum, wie diese Dimension zu machen ist, anhand von, sagen wir, Schernikaus Legende. Fangen wir für uns alle hier zur Einordnung an mit dem Anfang. Die Welt ist einfach, das ist furchtbar und schön, schreibt Schernikau zum Eingang seiner Legende und meint damit nicht zu einfach, nicht zu furchtbar, nicht zu schön, als dass wir sie noch ertragen könnten. Uns die Welt als Bausatz zu denken, der nur aus der Schachtel herausgeholt werden, deren Anleitung studiert und alles bis zur endgültigen Fertigstellung zusammengesteckt sein muss, das hieße, die Welt zu einfach zu denken. Zu sagen, nichts ginge zusammen, als wäre nur ein unbewegliches, alles wäre nur ein unbewegliches Nebeneinander, würde bedeuten, die Welt schwerer, eigentlich gar nicht als eine zu denken, nur um sich einfach zu machen, weil es einem das Anpacken erspart. Aber, und das ist das Grundsätzliche an der Aussage, die Welt ist an sich denkbar und wer es sich denken kann, der hat keine Ausrede mehr, sich zu ihr zu verhalten und die Hände aus dem Schoß zu nehmen, der muss Ja sagen. Die Welt ist einfach. Das ist ein Beginn frei von Konjunktiv. Sie könnte nicht einfach sein, sie ist so. Warum? Weil es in der Literatur behauptet werden kann und anders als die dreckige Wahrheit ist die Behauptung ein Operator der Kunst. Ehrlichkeit und Kunst finden niemals zusammen, ergänzt mein Input Schernikau, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarzen Lidschatten an. Also, die Welt ist einfach. Sie ist der Fall, würde Wittgenstein sagen, wenn er denn hereingelassen worden wäre. Aber Schernikau spricht schon genug für ihn, da brauchen wir ihn nicht auch noch persönlich im Register. Noch mal, die Welt ist einfach. Das klingt gefährlich kurz, verknappt bis aufs Unkenntlichste. Wer will noch sagen, etwas sei einfach, etwas sei so, wie es ist. Schlimmer noch, mache ich nicht den ganzen groben Unfug mit, der schief läuft, wenn ich den Unfug mitsamt der Welt, in der er umgeht, benenne, darauf zeige und sage, da ist er, der Unfug, der gehört einfach dazu. Schernikau ist genug gekitzelt und sagt, die meisten Menschen scheinen zu glauben, dass Abbildung Zustimmung bedeutet. Ein merkwürdiger Irrtum. Abbildung bedeutet immer nur Abbildung. Kunst ist die Fähigkeit, durch Abbildung Stellung zu nehmen. Die Welt ist falsch eingerichtet und also trägt jede Abbildung die Information, dass die Welt falsch eingerichtet ist. Und wenn die meisten Menschen ganz offenbar unfähig sind, diese Information wahrzunehmen, dann heißt es ja nicht, dass deshalb die Welt schon richtig sei. Also wird im Roman Legende um die Einrichtung, um die Schönheit gerungen, der Klassenkampf. Der Westen, also die Insel, muss weichen, weil er die Zukunft, also das Land, dabei stört zu werden. Schernikau fährt dazu die Avantgarde der Menschen auf, die Götter. Er hätte sie streichen sollen, sagt Hax, Auto unter anderem vom Gelbgott. Zitat, sie haben ihre Pflicht getan. Immer noch. Er kann sie immer noch nicht ab, Schernikaus Götter. Schernikau weigert sich dagegen für immer. Fifi, KV, Stino und Tete, also die Terroristin Ulrike Meinhof, die Schauspielerin Therese Giese, der Kommunist Max Reimann und der Schriftsteller Klaus Mann, bleiben dazu da, den Menschen das Vergnügen zu bringen. Hier übergeht Schernikau Hax, den paternalistischen Briefkorrespondenten, um dem Literaturtheoretiker Hax zu folgen. Der kämpfte ja Zeitlebens gegen eine Literatur des Am-Boden-Kriechens, der voreiligen Verzweiflung und der kleinbürgerlichen Beschneidung menschlicher Fähigkeiten und Potenziale. Wir kennen solche Literatur heute gut, sie heißen mal Nature Writing, mal Judith Herrmann. Also gesteht Hax in die naturalistische Enge der Fakten um sein eigenes Essay-Werk gedrängelt. Der kleinbürgerliche Ideologe erkennt die sozialen Zusammenhänge nicht und macht aus dem Jammer eine Tugend. Große Seelen beschreibt er ohne große Taten. Die menschliche Größe wird ihres Handlungscharakters entkleidet und zur metaphysischen Seinsqualität erniedrigt. Zur nicht messbaren, sich nicht auswirkenden Größe. Das ist, als schnitte man einem Menschen, um aus Wesentliche zu kommen, Arme, Augen, Geschlechtsteile ab. Deshalb, so als Moderator der Debatte eingestreut, stehen Hax und Schernikau ja krass auf das Gegenteil der Nicht-Auswirkung, auf die hohen Figuren, die Handlungsfähigen, die Ausschlaggebenden, die Ausrichter. Denn, sagt Schernikau, jede Superkraft erhöht das Vergnügen. Und, er sagt, also die herrschende Klasse ist eben viel interessanter. Warum? Weil sie am Drücker ist. Ich rede ungern von Armut, sagt Schernikau nachsitzend, kaffeenippend. Sie ist so momentan. Bald wird sie abgeschafft. Und dann? Ich will die schwierigen Probleme. Hax und Schernikau teilen, mit Superheldinnen und Superhelden zu spielen, ob sie nun übernatürlich schlau und kräftig oder reich und mächtig geraten sind. Was will auch ein Arbeiter anderes machen, außer arbeiten, höchstens mal lesen und dann fragen, warum er immer muss und muss und muss, aber nicht anders kann? Herr Brecht, sind Sie anwesend? Schernikaus Frage verhallt und wir sehen Hax ununterdrückt schmunzeln. Was schließlich nicht heißt, dass Hax und Schernikau das Proletariat im Status der Machtlosigkeit und damit unangenehm Sorgen frei belassen wollen. Für beide ist der Kommunismus eine ausgemachte Sache, mit der man zu rechnen habe, will man, und das ist ihr innerstes Begehr als Dichter, gute Kunst herstellen, die das, was möglich ist, zu behandeln vorschlägt, statt nur mit Zittern oder gleich gar nicht in die Zukunft schauen mag. Und ohne den Kommunismus in der Ferne geht das nicht. Die Zeit, den Weg dahin, sollte man jedoch nicht mit Proletkult und Kunstdemokratismus fair und zubringen, sonst wird's Fahrt und man nimmt jeden Stein extra mit, der unterwegs liegt, das stiehlt einer Reise noch jedes Restvergnügliche. Kunst, die kommt vom Genie her und nicht von Mehrheitsvotum. Kunst ist immer elitär. Kunst kommt von Göttern, sagen beide einvernehmlich. Hax, der wie Schernikau nie die kommunistische Politik, also das Beschaffen gesitteter Zustände, vergessen hat, sagt weiter, die Aufgabe, die von einer nichtrevolutionären Situation gestellt ist, geht nicht dahin, die Revolution durchzuführen, sondern mittels Organisation, Ausbreitung von Klassenbewusstsein und Aufsuchen von Verbündeten ihre Voraussetzungen zu schaffen. Das ist in der Politik anders als in den freien Künsten. In der Politik sind klugen Leute nur dann klug, wenn sie nicht allein sind. Das heißt, dass die ästhetische Dimension des Klassenkampfs etwas anders funktioniert als die anderen drei, die wiederum zueinander im Verhältnis etwas anders funktionieren. Schernikau stimmt zu. Wenn ich zwar keine Kampflieder auf Platte presse, aber jede Liebeserklärung trägt dabei zum Klassenkampf. Sprich, Literatur muss menschliche Grundfragen von Welt verhandeln, muss sie auf Möglichkeiten abklopfen, muss eine Haltung zu ihr vermitteln, statt Engagement, Flugblatt, Aufklärung, Straßenagitation, also ein ästhetisch unvermitteltes Stück politischer Botschaft abzugeben. Und nochmal, ihre Produzentinnen und Produzenten sind keine demokratische Bewegung. Deshalb ruft Schernikau die Sekte der Klassik aus, den Kaderverein, den Hax schon als seine Partei gelabelt hat und ihr auch vorsteht, in die er Schernikau aufnimmt und für den er bei sich birgt. Zitat, als Avantgarde kompromisslos zu bleiben, auch um den Preis zeitweiliger, zahlenmäßiger Bedeutungslosigkeit, ist auch die historische Aufgabe der Kommunistischen Partei. Erlauben wir dem seit knappen zehn Jahren, hier oben weilenden Hans-Heinz Holz dazwischen zu reden. Der Philosoph, der bei mir im Kopf rumgeistert. Nicht Sartre. Schließlich greifen Politik und Kunst, wenn auch nicht als Zahnräder, ineinander. Der Begriff politische Kunst ist eine Aufgabe für das Lektorat, die unnötige Adjektive zu verbieten hat. So doch beide nach dem Gleichen, dem Großen, dem Größtmöglichen, welches abverlangt, ihm gegenüber möglichst groß zu sein. Die politische Avantgarde geht von einem qualitativen Kern, einem Kristallisationspunkt aus und streitet bei Beibehaltung ihres Qualitätsinnersten um drumherum scharende Quantität, sprich um Erfolg. Die Kunst Avantgarde entspricht auch dem Wortsinn, mehr der Elite und schert sich um ihren qualitativen Kern, nicht sehr um das aktuelle Außen, das die Kunst nicht als taktischen oder strategischen Bündnispartner, sondern über das gegenwärtig Absehbare hinaus adressiert, weil sie nur so nach außen treten kann, ohne im bloß Gegebenen aufzugehen. Möglichst groß sein. Die Kompromisslosigkeit, das ist in der Kunst ein Gegenhalten, statt ein Mitabrutschen in den Dreck, meint Hux, und guckt rüber zu Schernikau und wir werten das als Mikroaggression von Hux. Er sagt mit Holz in Sachen Minderheitenposition sehr einig, auf die Folgerung einer schlechten Welt zieh mir einmal eine schlechte Kunst, mag ich nicht eingehen. Von Kunst, die sich nicht wenigstens bemüht, gut zu sein, rede ich hier nicht. Wer wird denn von schlechter Kunst reden, sagt er, und dann schaut er nochmal Schernikau an und wir merken, dass er hier nicht mit ihm schimpft, sondern allgemein spricht. Hux weiter, Kunst muss ihrer Selbstwillen wirklich einfach nur darum, dass sie Kunst sei, den Weltverlauf noch im Weltstillstand vorstellen. Hier bietet sich wirklich kein Zanken an, nicht das Auf, sondern das Anhängen. Der Ausgang ist den Ausgang Wissen, sagt Schernikau, und weiß drum, dass sein Zeug, also die Legende, die Formstrenge-Kleinstadt-Novelle, die Formfreieren-Tage-NL und so weiter, dass dieses Kunstzeug dabei hilft zu wissen. Zu Hilfe sein, im Sinne von Aufklären, aber will Schernikau nicht. Nicht im Eigentlichen. Die Scheiße in die Köpfe kriegen, das ist eine politische, eine ideologische Frage, keine literarische. Kunst lebt von den Fehlern der Welt, sagt Hux, der hier zu wenig Raum bekommt, wie er schimpfend voranschießt, ist ja eine Tagung mit seinem Namen, Grummel, Grummel. Weiter sagt er, hieraus folgt nicht, dass die Kunst umso besser würde, je fehlerhafter die Welt ist. Offenkündige Missstände verlangen politische Lösungen, nicht poetische. Bloße Schweinereien wollen beseitigt, nicht bedichtet werden. Wo kämen wir denn hin, wenn die Literatur als ästhetischer Klassenkampf die Arbeit der drei anderen Ds, also Ideologie, Ökonomie und Politik, zu übernehmen hätte? Trotzdem, Dimensionen existieren nicht monatisch abgetrennt voneinander, sie sind Dimensionen einer Totalität. Sie sollte sie nicht reinkloppen, aber dass die Scheiße in den Köpfen nicht drin ist, macht es der Literatur allerdings schwer zu greifen. Schön blöd, wenn nicht der Grundstock da ist, ein Verhalten zu lernen. Dann ist man wie in einer Gesellschaft ohne Staatsorganisation, ohne Wirtschaft, ohne Gedanken, also ohne Augen, ohne Arme, ohne Geschlecht. Nicht mal den Falschen, sondern ganz ohne. In einem Nichts, aufgeschmissen. Es liegt alles so auf der Hand, aber alle haben vergessen, dass sie eine haben, manche sogar mehrere. Und Schernikau beklagt die daraus entsprengende Melancholie des Genies. Ein Künstler weiß, was er tut und kann, was er weiß und er möchte, dass die anderen das auch wissen und können. Und Schernikau erlaubt sich eine bei ihm seltene Einschränkung. Vielleicht ist alles richtig. Vielleicht hat das Publikum recht, die radikalsten Versuche seiner Künstler eben abzulehnen. Vielleicht gehört zur Kunst das Publikum der Kunst dazu. Gehen wir aber ins Close Reading der Legende, dann sehen wir, dass Schernikau eine Einmischung in seine Kunst ausschlägt. Hax nimmt Schernikaus Sachen, schaut rüber, so unaufmerksam, wie er immer schon liest und sagt, was sie Deutsch betrifft, vermute ich, dass sie schreiben können werden. Sagt's und wird stumm, weil er jetzt eine ähnliche Temposfehlleistung liefert, wie Michaelis in seinem Brief. Aber Schernikau lacht das Schreckliche weg, seinem Werk nichts mehr hinzufügen zu können. Und Hax korrigiert sich, dass sie hätten schreiben können werden. Ginge das zu sagen, fragt er sich, wir sehen es an seinen Augenbrauen. Zumindest trifft es das besser, das frühe, aber nicht für alles zu frühe Abwürgen des Genies besser als simpel, dass sie hätten schreiben können. Eine Probe von Schernikaus Deutsch in seiner Legende, seiner Bibel, irgendwo aus deren Buchmitte. Zitat, die Insel ist voll mit den sehr hohen Häusern. Zwischen den Häusern, wenn Sonne ist, ist Sonne. Seufzend bewegen sich Fifi, Kavau, Stino und Tete über die merkwürdig bekannte Insel. Kunstfiguren sind dann gut, also handlungsfähig, wenn sie entsprechend größer sind als der Raum, der sie beherbergt. Denn alle und alles außer ihnen und ihrem Tun ist Ausstattung und gehört perspektivisch nach hinten. Schernikaus Götter aber sind im Verhältnis Gotzillas, die durch West-Berlin gehen und sich in Kreisparteibüros, städtischen Kliniken und Fahrradläden zwängen. Hax mag sich daran, an der maßlosen Nichtentsprechung, also der räumlichen wie zeitlichen, gestört haben, wenn er die Götter abführen lassen will. Handwerklich gepackt ist diese ständige Nichtentsprechung, die Hax nicht ausführlicher bemängelt, also mindestens duldet, zumindest zudem das Werkganze erfassend in Manierismen wie dem wenig nötigen Klimax der sehr hohen Häuser, einer über jedes Maß schlagenden Erzählökonomie, Wortwiederholungen auf der einen Seite und auf der anderen eine Sprache, die nicht zwischen Hoch, Tief, Sprech, Schrift, politisch und literarisch wählt, wie an anderer Stelle, Zitat, das Unvernünftige ist langweilig, die Blütezeit des Kapitalismus mag ja noch hingegangen sein, das späte Stadium ist bloß noch blöd. Dazu Gattungstreue und Verraten der auktorialen Erzählhaltung hin zu Leserinnen und Leser belästigender Du-und-Wir-Ansprache. Zumindest einen gewissen Teil der Creative-Writing-Regelbrüche mag Hax, der andere, höhere Grundsätze führte als diese, auch nicht weniger unter der Haut gejuckt haben als mich hier. Wenn ich hier moderativ noch anfüge, dass Schernikau den Hinweis zugegeben eben einer für Clipschreibschüler Showdown-Tell, wenn er den umkehrt und Telldown-Show betreibt, dann fährt der mir dazwischen, Telling ist das Showing für Wissende, sagt er und weil alles zum Kotzen einsehbar ist. Das Wesentliche ist einsehbar. Nichts muss da noch so verpackt werden, so dass es die Oberfläche von Kunst hat, nur um einem Kunstregelkatalog für zu Idioten gemachten das Wort zu schreiben. Kunst arbeitet sich schließlich am Wesentlichen ab. Schernikau sagt, lass immer die Pickel weg, sie gehören nicht in das gute Bild, das man möchte. Das, Damen und Herren, ist purer Hegelianismus. Und geht es mir auf wie so einer dieser Mitesser, das heißt auch, dass nicht nur die hässlichen kleinen Naturalien nicht an die Kunst dran gehören, sondern auch die unnötige Tapete, die vom Realismus bis heute abverlangt wird, um dahinter zu verbergen, dass man nichts zu vermitteln hat, was trägt. Wenn ich also nur zeigen kann, showing, weil ich nichts zu sagen habe, also telling, nur glatte Sprache habe, weil ich keine andere kann, nur vorhersehbare Plots baue, weil mir die anderen nicht einfallen und so weiter und so fort. Schernikau bietet nichts davon an. Er schreibt stattdessen einfach, er schreibt stattdessen einfach, aber alles andere als simpel, unter- und überfordern zusammen, wie Andy Warhols Porträts von Lenin, Monroe und Co. Er schreibt, wenn Sonne ist, ist Sonne. Schernikau's Sprache streift möglichst nah das möglichst Wesentliche einer Sache und das Wesentliche der Sonne ist die Sonne selber. Uff, die Einsicht. Ein Licht geht mir auf und wenn Licht ist, ist Licht. Ja, sagt Schernikau gelangweilt gehend, weil das durch mich verkörperte, ewig denkfaule Publikum es nun auch endlich begreift und dabei guckt er mich mit so einem Oh-Honey-Blick an und nachdem ich ihn bitte, das Meer auszuführen, sagt er gespielt, genervt, mir tut der Mund weh vom Reden und das Herz. Da kommt von unten, von Frankfurt am Main rauf, ein mich aus der Peinlichkeit reißender Ruf dazwischen und wir hören raus, dass es Dietmar Dart ist, der bekräftigt, ja, der Schernikau, ganz klar, macht ja kein Kinderdeutsch mit seiner sprachlichen Unterbietungs- und Abrüstungsgeste, sondern ein Kunstdeutsch. Und ich gebe dem Störer ja recht, Schernikau zwingt alles unter der Sonne, unter seinen Genie, auch die Sprache, auch die Form. Selbst da, wo er protokolliert, setzt er das Protokoll so ein, wie er es will. Das Publikum solle dann erstmal die Chuzpe haben, sowas auszuschlagen. Hax, man sieht's ihm an, stört das. Ich erinnere ihn daran, was er über Goethes Faust mal gesagt hat, dass sich hier Welt und Auto bekämpft haben, weil letzterer, erstere in seine Form pressen will und diese sich wehrt. Der Sieg der Welt über den Auto hat das Ergebnis ein Stück, das den Gattungsgesetzen zuwiderläuft und trotzdem und auch deshalb reizvoll ist. Schernikaus' Legende, mag man annehmen, hat den Kampf vornehm vermieden, indem sie sich auch als Dart hat's noch hinterhergeschrien, Vorhut des Rückzugs bewährt und gar nicht erst wagt, Formveränderungen zu erreichen. Schernikaus' Rückzug ist vornehm, weil er vorbereitet, mit einem nicht weniger als alles, vom O-Ton eines kommunistischen Proleten bis zur Agenda des Weltgeistes verhandelnden Werkganzen in Offensive zu gehen und nichts anderes will, als diese Welttotalität wiederzuspiegeln. Fasse ich den Dart-Kommentar zusammen, der selber ist mittlerweile heiser, weil es von der FAZ bis hier hoch doch recht weit weg ist. Noch ein Zwischenrufer, diesmal Stefan Ripplinger, der zu Protokoll gibt, die Welt ist einfach, eine Formel, aber was für eine Inferenz. Der Satz ist wie eine schlichte Holztür, hinter der sich der Trödel von Jahrhunderten zur Decke türmt. Das bedeutet aber wiederum keine Beliebigkeit im Werk. Legende ist nicht postmodern und willkürlich, kurz gesagt, sehr Homo, wenig Pomo. Sie drängt in ihrem Spiel zur Aufhebung, zum gewussten Ausgang. Und dieser Unterschied zwischen zerstörtem, heruntergekommenem und andererseits unfertigem, im Aufbau befindlichem, wird das Krankenhaus zum Menschen produzieren und reparieren verwahrlost oder ist es nur noch nicht fertig? Das ist die Differenz BRD, DDR, Kapitalismus, Sozialismus, Postmoderne Romantik und Legende. Die bestimmte Negation, die auch Legende durchspielt, fasst Schernikau so zusammen. Sich verwandeln und wissen wohin, das wäre das Höchste. Die Niederlagen des Kommunismus, der Zukunft, die immer verliert, gehören zu ihr wie die Pickel zeitweise auf der Haut. Sie machen nicht das Wesen. Denn, und so ergibt Legende als Rückzug Sinn, wer Anlauf nimmt, geht einen Schritt zurück. Legende kommt aus dem Systemkonflikt in die Welt lahmlegende Kontrarevolution hinein und will aber für den Siegen während dem Kommunismus sein. Legende ist als Montageroman ein Versuch, eine Aufhebung im Gange, eine Umwälzung, die den vielen Trödel, den Plunder, das zusammengekehrte Nebeneinander, das ganze Zeug als Schwungmasse mitnimmt, um den qualitativen Sprung mitzumachen, ja, so wie jede Kunst aus sich heraus ein bisschen zu schaffen. Hux mochte den Roman als Gattung an sich wenig. Während im Drama Gleichgewichte spielen, geht es im Roman immer um den Niedergang des Scheitern. Hux sagt, der Roman ist das Drama der Pessimisten. Dann holt er durch eine Zigarette lange Luft und sagt, die Menschheit, sagen die Romane, ist die Hölle des Menschen, die Hölle ist das Chaos und das Chaos ist dumm. Das Inferno ist ein epischer Gegenstand. So aber ist Legende ganz unromanhaft. Denn dort werden alle drei Etappen der Komödie durchlaufen und nach dem Inferno kommt das Pogatorio und danach das Paradiso. Die Insel friert ein, wird Friedhof, ist besiegt. Legende führt vor, es ist möglich. Hux reicht das nicht. Kunst habe, Unbefriedigendes auf zufriedenstellende Weise abzubilden, nicht umgekehrt Befriedigendes Unzufriedenstellens. Schernikau nimmt das an, weil er es gewohnt ist, vorerst anzunehmen, was Hux ihm rät. Die Diskutanten im Olymp trennen fast viereinhalb Jahrzehnte Lebenserfahrung. Schernikau ist zwölf Jahre auf dem Olymp aber, nebst Leuten wie Hegel, Goethe und Freddie Mercury zählen anders. Sie gucken sich nicht mehr an wie Lehrer und Schüler, aber trotzdem ist ihr Verhältnis keins auf Augenhöhe, denn das Leben auf der Welt prägt mehr als das danach, klar. Was will man sich in der Nachwelt auch abmühen im Olymp? Warum nur nicht? Man sei zu glücklich, erklärt Schernikau, Honigkuchen fertig, denn wer jeweils eine Banane in sämtlichen Körperöffnungen hat, dann soll der Sublim werden. Schernikaus Können, so Hux, war ein Ding von morgen, wenn er das Werden ordentlich angegangen wäre. Angehen hätte Können werden, entscheiden wir, dass das die Grammatik nur mal auszuhalten habe. Angehen kann einer leider nicht ganz, der mit 31 an Aids stirbt und dem die Kontrarevolution den Sozialismus unter den Arsch wegreißt. Der Arsch gehört einem, nehmen wir mit Martin Brandt den Telefonjoker, der sich der noch notwendigen Bewältigung der BRD-Realität widmen muss. Weil es neben Brecht einen Hitler gab, wurde aus dem Klassiker, der Brecht werden sollte, ein Aufklärer und Flugblatt-Propagandist nach Huxens Meinung. Wir kennen das. Polemiken überziehen schließlich Wahrheiten und verdecken damit andere, niedrigartigere, vielleicht, randständigere, aber eben vorhandene Wahrheiten. Nun ist Brecht eben nicht nur antifaschistischer Agitator und antibilitaristischer Agitator gewesen, genauso wenig wie Schernekau bloß Protokollant des Systemkonflikts war mit seinen dem Hux nach sehr naturalistisch geratenen Texten wie etwa Tage in L. Hux, das wissen wir auch, hat Schernekau so gelobt, wie er ihn getadelt hat und manchmal beides zugleich. Schernekau ist dann eben direkt der Gründer der Gattung des naturalistischen Essays. Eine liebe Ohrfeige. Und wenn Hux die Götter nicht haben mag in Legende, dann wieder doch, dass sie aus ungelogenen, weil wirklich gewesenen Menschen Meinhof, Reimann und so weiter zusammengelogen sind, denn das natural Glaubliche sei Schernekaus Hauptwirkmittel. Ganz sicher nicht Hux sein Mittel, aber schon eins, das er gelten lässt. Schließlich wäre es selber Formalismus also Vergeudung, einen Schernekau in sein Kunstdeutsch fallen zu lassen, so wie man einem Arnus Schmitt sein vollständiges Deutsch nicht fallen lässt, nur weil der ein Romantiker war. Übrigens sitzt der Schmitt da auch irgendwo unengeladen rum, aber für sich, da lässt es sich besser mit sich selber Sex machen. Der Streit ist noch lang nicht vorbei. Wir kürzen ab. Schernekau und Hux sind nicht zwei Kommunismen, weil Kommunismus hier gar nicht entschieden wird. Wir reden hier nur über ein Viertel der Klassenkampfdimension. Und politische Einigkeit herrscht unter den beiden Diskutanten, wenn es darum geht, dass der Systemkonflikt nicht aufhört, ein Systemkonflikt zu sein, nur weil man mit der SPD rumringelt, pietzt. Und Frieden erst dann wirklich stets wird, wenn der Imperialismus fällt. Auch konsensual, die Bombe schlägt den Schatten und es darf darunter gespielt werden. Die Frage ist nur, nicht das Ob, sondern das Wie. Form und Inhalt, die Dialektik gibt es in der Kunst auch, aber dort ist die Hierarchie ganz verkehrt. Form ist Herr und Inhalt Knecht. Kunst hat ihr Wesen in der Erscheinung, die Oberfläche ist ihr Kern. Die Form ist nicht nur Rüstung, sondern auch Waffe der Kunst. Haxens Vorwurf gegen Schernikau ist der, dass er falsch aufgerüstet hat. Schernikau sagt, das gehe nicht, weil er sich mit allem ausgestattet habe. Hax erwidert, genau das sei der Fehler gewesen. Ich kann mich schließlich auch kaputt heben, wenn ich alles anpacke. Auch ist das falsch, auch ist das falsch, sagt Hax, wenn man seinen Ablaufdatum vor Augen hat. Da bleibt er hart. Aber, gesteht er ein, eine Totenmaske war noch nie so perlenbesetzt wie Legende. Und wir wissen, welche Säue wir da unten sind, denen Schernikau das zubereitet hat und mit Haxens Hilfe als Subscribentensucher der Erstausgabe uns das vor die Schnauzen geworfen wurde und wir es nicht mal fressen wollen. Auch im Olymp wird manchmal Abend und das ist jetzt. Hax und Schernikau, die beiden Götter, streiten noch etwas weiter. Als es darum geht, ob man nun als Götter auf die vor 30 Jahren und ein bisschen Jahren in die Hölle gefahrene Erde zurück soll, sagt Hax. Er schielt auf die vielen Südfrüchte hier. Nein. Und Schernikau, der lieb sein, aber eigentlich auch nicht will, sagt ja. Mit dem Dissens und allem anderen nebenher befassen sie sich und lassen sich nicht hetzen. Sie haben ja alle Zeit. Danke. Ja, recht schönen Dank. Ich glaube, sie sind alle jetzt sehr beeindruckt von dieser Art von Begegnung von Hax und Schernikau. Sie haben die entscheidenden Worte jetzt eben gesagt, ob und wie. Ich sehe die Übereinstimmungen sehr wohl. Die Gegensätze scheinen ja offensichtlich nur im Ästhetischen zu liegen. Sehe ich das richtig? Also wenn wir jetzt... Wenn es die gibt... Also ich meine, Sie stellen diesen olympischen Dialog so vor, als sei es Schernikau darum zu tun, vor Hax zu bestehen. Ist denn das nötig? Oder hat er das nötig? Also so rumgefragt. Ja, also das nur... Also es ist ja... Ich glaube, Sie waren sich beide einig, dass der schwache König Honecker durchaus seinen Teil dazu beigetragen hat, dass eben der Sozialismus diese temporäre Niederlage erlebt hat. Deswegen war es dann schon die Frage, wie verhält es sich mit der Ästhetik, die sich ja schon sehr sehr stark auseinander dividiert, wenn man sieht, zum Beispiel eben die Kleinstadt-Novelle, die ja als Novelle sehr formstreng war und wo sich dann eben Schernikau hin entwickelt hat und man auch in der Korrespondenz der beiden gemerkt hat, ja, der Hax hat den Schernikau durchaus lieb gehabt und hat ihn auch als letzten normalen Menschen bezeichnet, aber ihm waren sicherlich einige Sachen nicht geheuer und ich glaube, auch in der Frage der Legende kommen wir dann bei dem Punkt an, wo sich dann durchaus dann das Langweilige nicht mehr herauszögern kann und dann muss man über die Biografie reden, also jemand, der mit 31 schon stirbt und aber noch seinen Opus Magnum schreiben will, der packt dann halt alles rein. Genau, das ist dann eben die Frage, wo dann eben der Schernikau nicht mehr die Zeit dazu hatte, sich eben zu dem Klassiker hinzuentwickeln, zu dem ihn Hax vielleicht hätte hinentwickeln wollen. Ja, mit der Übereinstimmung meine ich, also man hat ja das Beispiel in der Müller und Hax haben wir unausgesetzt oder nicht unausgesetzt, aber doch oft über Schernikau auch gesprochen beziehungsweise korrespondiert und es gibt da die Stelle, bei der in der Hax sagt, also Schernikau sehr stark politisch verteidigt. Müller ist misstrauisch, also er hat auch gute Gründe, ich meine überhaupt gute Gründe immer gegen Leute misstrauisch zu sein und hier ist er misstrauisch und es geht darum, ist das nun ein sicherer Mann oder nicht und Hax ganz ungeschützt eigentlich sagt, André, das mag alles sein, wie es will, ja, ist er, nicht? Also im Politischen ganz offensichtlich, aber im Ästhetischen hat er ihn schon auch verteidigt, aber es war ja ganz offensichtlich nicht seine Linie, die da Schernikau verfolgte. Auf keinen Fall und das ist, also ich glaube schon, dass es oftmals eine Polemik oder eine Kritik gegenüber Schernikau war, die auch konstruktiv sein sollte, dass er eben ihm sagt, so der, dann bist du halt der Begründer vom naturalistischen Essay und so sehr wie er so sehr Hax den Naturalismus gehasst hat, hat er ihm nicht direkt gesagt, du bist Naturalist. Ich finde das mit der lieben Ohrfeige, das finde ich sehr gut. Ja, und man muss auch sagen, dieser Briefband mit Michaelis, der ist ja irgendwie auch sehr gespickt mit Scharfzündigkeiten, wo sich dann eben diese beiden mit sehr viel Penela-Humor auch Sachen an die Backe schmieren, wo man auch weiß, okay, das ist halt übersteuert. Also das hätte der Haxer dem Schernikau nie ins Gesicht gesagt und man kann jetzt auch sagen, das wäre jetzt feige gewesen, aber man kann auch darüber spekulieren, ob er dann tatsächlich diese Polemik an Michaelis dann wirklich so ernst gemeint hat. Ja, das ist aber eine ganz andere Situation. Michaelis ist fünf Jahre älter und ist ein Schulkamerad und so weiter und das lässt ja dann auch stark nach, diese Enge der Beziehung und diese Lachsheit der Formulierungen und so weiter und so weiter. Also das ist so ganz, die Ebene ist das nicht. Natürlich. Michaelis hat auch nie künstlerische Ambitionen gehabt und hatte da auch keine Ahnung, hat sich immer als Laie und Dilettant gegeben auf diesem Gebiet. Aber ich quatsche und quatsche daher, weil ich ein unerfahrener Moderator bin. Ich wollte eigentlich sagen, mag denn einer etwas sagen oder eine Frage stellen? Jawohl, bitteschön. Ja, vielen Dank für deinen sehr beeindruckenden Vortrag. Meine Frage, solltest du am besten möglichst so konkret wie möglich verstehen? Zum Begriff der Avantgarde. Im demokratischen Zentralismus gibt die Avantgarde Befehle. Ich bezweifle, dass Kunstbefehle geben kann und dass sie es will. Aber was macht dann eine ästhetische Avantgarde? Kann sie die Welt wollen und gleichzeitig ein System machen? Wie stellst du dir heutzutage konkret ästhetischen Klassenkampf vor? Was passiert und was sollte passieren? Das ist sehr komplex, da kann ich Sie jetzt nicht davor bewahren, ein Stück Antwort zu geben. Wir sehen uns auf den nächstjährigen Tagungen wieder, dann habe ich eine Antwort ausformuliert. Ich weiß nicht, ob es zu weit geht, aber manche der anwesenden Personen hier sind ja auch in politischen Organisationen und gleichzeitig finden Tagungen wie diese hier in so einem ganz anderen Rahmen statt, wo die meisten aus solchen Arbeiterbewegungsorganisationen eher nicht hinkommen und darum wollte ich die Frage tatsächlich relativ konkret auch politisch stellen, wenn wir uns in Richtung ästhetischen Klassenkampf orientieren wollen, was da passieren kann. Ja, das ist auch eine Frage, wo ich sicherlich weiß, dass das nicht vollumfänglich weder in diesem Referat noch in meinem Kopf irgendwie auseinander klamüsert ist aufs Fäuste, aber es ist schon ein Suspekt, dass eben dieser Avantgarde-Begriff für die kommunistische Partei als Avantgarde der Arbeiterklasse genauso benutzt wird wie für die Kunst-Avantgarde und dass beides irgendwie auch zutrifft, aber es nicht, und das ist das, was, glaube ich, Hax und Schernikau mit dem Geniebegriff herausarbeiten, nicht vollum umfänglich die gleichen Strukturen sind, also auf der beschwerlichen Reise hierher habe ich in Dave Eggers Roman, neuen Roman Every gelesen, wo sich dann eben die Hauptfigur mit einem anderen Typen da auf der Arbeit unterhält und sich daran hochgeilen, dass man ja eigentlich gute Kunst mit einem Algorithmus herstellen kann, indem man halt nach Beliebtheit geht, sprich, wie bei der IMDB, bei Filmen kann man ja irgendwie so eine Prozentzahl herauskriegen, wie sehr es den Leuten gefallen hat, und dementsprechend könnte man ja eigentlich dann auch Kunst herstellen, Literatur, und dann könnte man wiederum auch sagen, ja, dann greifen wir halt auch in alte Literatur ein und streichen die langweiligen Passagen, die unbeliebten Figuren kommen raus, wo man sich bei Dave Eggers aufraben muss, aber sich selber dessen bewusst ist, dass er auch solche Literatur genau selber produziert, auf eine gewisse Art und Weise, und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zur politischen Avantgarde, also das ist auch das, was die Zitate herausarbeiten sollten, dass sie nicht die Aufgabe haben, eine politische Organisation zu ersetzen, sprich, wenn wir hier sitzen, dann heißt das, dass wir stattdessen trotz, also immer noch eine kommunistische Partei brauchen, die eben für den Menschheitsfortschritt im Sinne von einer gesellschaftlichen Einrichtung streiten muss, während er eben die Kunst eher den Vorschlag macht, um die Einrichtung der Schönheit zu streiten, und da kann man, kann ich auch eher nur ansetzen über, was darf man nicht machen, also nur eine Kunst herzustellen, voll mit Kommunistinnen und Kommunisten voll zu packen und sagen, das ist kommunistische Kunst, ich glaube, da kommt man nicht sehr weit, weil es dann tatsächlich wiederum die Frage von Form und Inhalt ist, die dann, verschlägt ja, dann hat man halt irgendwie so einen Proletkult, der dann möglichst darauf verweist, hey Leute, denkt doch mal an das Klassenbewusstsein, ich glaube so, so schlägt es das nicht, so schlägt Kunst nicht vor, dass man mit ihr umgeht, was dann allerdings die nächste Frage ist und ich glaube, das ist dann wiederum das, wo die Dimensionen ineinander verschwimmen, ist dann ja das, was wir auch hier tun, ist dann eine Form von Kulturpolitik oder Kunstpolitik, also das eben, und das ist ja auch das Ding, dass Schernecker und Hax auf unterschiedliche Art und Weise eben auch politische Menschenwesen waren, die in der Gesellschaft gelebt haben, dann ja auch die Frage aufgeworfen wird, okay, wie verbindet man das, also wie verbindet man dann auch die Organisation, dass man als politisches Wesen Teil der Gesellschaft sich zusammentut mit anderen und eben für die Revolution, für den Sozialismus kämpft oder eben ihn verteidigt, und wie kriegt man das in Einklang mit eben dem, dass man auch auf der anderen Seite eine Kunst herstellt, die eben nicht ein Flugblatt werden sollte, also diese nicht engagierte Literatur, engagierte Literatinnen und Literaten ist dann, glaube ich, so das Stichwort. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage ungefähr geantwortet. Also wir haben die Avantgarde auch eingeladen, alle sind eingeladen und wir hoffen, wir hoffen, dass ein Teil der Avantgarde zu Hause an den Wildschirmen sitzt und das hier sehr genau verfolgt. Man muss ja nicht hierher kommen, aber ich glaube, dass es diese Differenz tatsächlich gibt und man müsste mal schauen, welche der beiden Avantgarden gegenüber der anderen zurückgeblieben ist heute. Bitte. Ich heiße Jürgen Hügel, bin Badener, habe lange Zeit in Berlin gelebt, aber extra hergefahren. Vielen Dank für den nicht nur engagierten, sondern meiner Meinung nach auch recht erhellenden Vortrag. Bei der jungen Frau gerade eben, da habe ich mir gedacht, also die Engagierten heute oder die was wirklich verändern wollen, die denken auch nicht so fürchterlich an, als ich in dem Alter war und hier in West-Berlin angefangen habe, zu studieren. Nur, ich habe das vorhin in der Pause zu jemandem gesagt, in der SEW seiner Zeit war Hacks kein wichtiger Name und seine Ästhetik wurde kaum zur Kenntnis genommen und seine Stücke dominiert hat er eindeutig recht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass kulturell ist da ja einiges gelaufen, dass Hacks seine Klassik oder seine Stücke da eine wesentliche Rolle gespielt hätten. Und das passt ja auch zusammen mit dem, was Andre Müller Senior in seinem Band über die Gespräche mit Hacks sagte, über die DKP in Westdeutschland. Also er hat sich ja nur abfällig geäußert über das, was dort kulturell passiert ist, dass da kein Kunstverstand sei und dass das, was passiert, im Wesentlichen nennt er das Proletkunst, wenn ich das richtig sehe. Ich habe aber jetzt eine Frage noch mal zum Verhältnis von Hacks und Schernikow. Nämlich, also meines Erachtens tat sich Hacks ja schwer, Urteile über Menschen, vor allen Dingen, die er positiv eingeschätzt hat, sowohl ästhetisch, künstlerisch als auch politisch, die eventuell, also seine Einschätzung zu korrigieren. Und wenn man da zum Beispiel vergleicht, also einmal Schernikow und dann Sarah Wagenknecht, dann ist es ja so, dass er, also über sein Urteil zu Schernikow haben wir ja hier das meiste eigentlich gehört. Soweit ich das sehe, ist es aber nicht so, dass Hacks sich in seiner künstlerischen Kritik noch mal positiv gewendet hat gegenüber Schernikow. Politisch aber ja. Und zwar nach jener Rede, die der Schernikow auf dem Schriftstellerkongress gehalten hat. Und die war ja wirklich grandios. Also ich durfte die Wiederholung miterleben auf dem letzten Parteitag der SEW. Da hat er die ja auch vorgetragen, der Schernikow. Das ist das einzige Mal gewesen, wo er in der SEW also sichtbar aufgetreten ist. Und da war auch gleich das Ende. Was jetzt Wagenknecht angeht, da referiert ja der andere Müller in seinen Gesprächen, dass Hacks ja sein Urteil, also sein sehr positives Urteil, das war ja unsere neue Rosa, sagte er ja, dass er das keineswegs zurückgenommen hat, sondern er sagte ja nur, die Wagenknecht wäre zwar belesen und hätte im Wesentlichen das von Marx verstanden, aber das reale Leben würde sie nicht kennen. Das war alles, was er da an Kritik hervorbringt. Also offenbar, so sehe ich das, hatte er ein prinzipielles Problem, solche Urteile wirklich zu korrigieren. Also wenn er total enttäuscht war. Das war ja ein Statement, oder? Das war eher ein Statement und es lässt sich auch so nicht verifizieren. Also es gibt ja Urteile, die er gefällt hat, also beispielsweise Hartmut Lange, die an denen war dann, die hat er klar und sofort gefällt und von einer Härte und Tiefe, das ist auch nie wieder geändert worden. Also die Versuche, da wieder Kontakte aufzunehmen, hat es andauernd gegeben und Hacks hat dem nicht nachgegeben. Und so ist es, also ich will das jetzt nicht ausbreiten und so, aber das ist auch mit Wagenknecht so. Sie haben beide relativ früh erkannt, dass sie nicht übereinstimmen. Und dem ist Hacks dann ganz klar gefolgt, dass er das nicht öffentlich gemacht hat. spricht in diesem Fall eher für ihn, muss ich mal sagen. Also aus politischen Gründen. Ja gut, aber dass sie die neue Rosa sein, das hat er ja auch richtig gemacht. Naja, gut. Das wissen wir ja. Hacks konnte loben und wollte loben und hatte, wie er fand, viel zu selten Gelegenheit zu loben. Und wenn, dann war es euphorisch. Ja, wohl wahr. Ja, aber wie gesagt, das war doch keine Frage jetzt an Ken Merten, glaube ich. Haben wir noch Fragen? Bitte, Jens Mierle. Ja, kurz. Also vielleicht ganz profan, danke auch für den Vortrag, weil die Tagung ja Spätwerk von Hacks heißt. Vielleicht habe ich das nicht genau dem Vortrag entnommen. Vielleicht können Sie es nochmal sagen oder es ist eine etwas profane Frage. Gibt es Einfluss von, sehen Sie Einfluss von Hacks auf das Spätwerk, Frühwerk, Spätwerk von Schernikau? Also ab wann hat der Schernikau den Hacks wahrgenommen und hat die persönliche Begegnung eine Rolle gespielt für sein Werk? Ja. Und umgekehrt ist das Spätwerk Ihrer Meinung nach von Hacks beeinflusst durch Schernikau, durch die Begegnung mit Schernikau. Gibt es da Momente? Also zu Letzterem bin ich hergekommen, damit man nicht erleuchtet, weil da habe ich nicht so viel Ahnung davon. Also was man in Legende ja merkt, ist nicht nur, dass, also es ist ja ein Wust an Zitaten, die dort auch verarbeitet werden. Da taucht der Hacks eben auch auf, eben auch Wittgenstein und Co. und man merkt ihm aber auch sehr oft, also entweder ist es, ihre Gehirne haben dann schon sehr stark ähnlich gearbeitet, literarisch und politisch, oder der Schernikau hat da bewusst Zitate eben, der von Hacks genommen und sie quasi in seine Worte gepackt. Also die Sekte der Klassik ist für mich schon irgendwie auch ein sehr großer Hinweis darauf, wie er sich dann eben auch bei Hacks geschult und gebildet hat. Und eben auch dieses, jetzt muss ich kurz gucken, wie dieses Essay hieße mit dem Weltabgrund. Ich habe den Titel vergessen. Zumindest dort merkt man auch, dass es, glaube ich, also ist zumindest meine Lesart, ich bin jetzt auch nicht, da weiß vielleicht Thomas mehr darüber, wie Legende entstanden ist, aber dass man auch gemerkt hat, dass eben auch das, wie Legende dann am Ende gebaut ist mit dieser, ja, apokalyptischen, ja, biblischen Erzählung mit, und dann ist es ein Untergang mit, der, 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 den, wo der Imperialismus untergeht, mit sehr viel Krach und mit sehr viel Tod und sehr viel Leid. Aber im Endeffekt ist es dann doch eine schöne Geschichte, weil der Imperialismus ist jetzt weg. Dort merkt man schon auch die, die Referenzpunkte von, zu, zu auch Hacks, so auch wie Legende grundsätzlich gebaut ist, wenn man jetzt das, den Eurovision de la Chanson als quasi den Part der Legende nimmt, wo eben das Fest stattfindet, dann ist man schon eher wieder bei der Struktur von einem Hacksstück. Die Schwarze der Welt am Ausgang des Tunnels, meinen Sie? Danke, genau, genau. Ich habe jetzt überlegt. Und umgekehrt und umgekehrt? Er sagt umgekehrt, weiß er es nicht so. Also, dass ich literisches Schreiben studiert habe, hat mir gesagt, ich habe mich gegen die Wissenschaft und für die Primärliteratur entschieden. Dementsprechend bin ich auch bei Hacks eher, was die Essays angeht, belesener als was vor allen Dingen sein Spätwerk und die späten Stücke angeht. Da müsste man mich hier ergänzen und mir aushelfen. Da bin ich auch echt nicht böse drum, sondern würde mich darüber freuen. Aber ich sehe jetzt, ich würde jetzt erst mal aus dem Bauchgefühl heraus nicht vermuten, dass der Hacks sich sehr hat vom Schernikau beeinflussen lassen, was seine Literatur anging. Ich glaube, dafür war er ja schon auch gefestigt und da kann man wieder ins Biografische hinein. Also der große Altersunterschied hat es dann halt einfach auch dieses Lehrerschülerverhältnis vorgeschlagen und auch die Stellung, die Hacks angenommen hat, was er schon zu präsentieren hatte, wenn Schernikau selber ja derjenige war, der nach der Kleinstadt-Novelle unverschuldet, aber halt den gesellschaftlichen Verhältnissen, die einfach gute Literatur nicht annehmen wollte, er einfach sehr erfolglos war bis zu seinem Tod. Gut. Wenn es jetzt keine Meldungen gibt weiter, dann würde ich Ken Merten sehr herzlich danken für das wirklich furiose Referat und schlage vor, dass nochmal 10 Minuten, 12 Minuten, maximal 15 Minuten eine kleine Kaffeepause eingelegt wird. Applaus 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 Vielen Dank.